Der Hainich, mitten in Deutschland, in Thüringen gelegen, ist die größte unberührte Mischwaldfläche Deutschlands. Ein besonderes Naturerlebnis ist der Baumkronenpfad an der Thiemsburg. Ein 540 Meter langer Weg aus Holzbohlen, flankiert von einem Geländer und ausgestattet mit verschiedenen Informationstafeln, schlängelt sich hinauf zu dem sonst für Menschen unzugänglichen Bereich des Blätterdachs des Waldes und zu den Spitzen der Urwaldkronen. Der Pfad verläuft in 10 Meter der Höhe leicht ansteigend bis auf 24 Meter. Wer höher hinaus will, kann über eine Wendeltreppe dem Baumturm ersteigen und von der 44 Meter hohen Plattform den Ausblick über den Hainich und das Thüringer Becken genießen. Begleitet uns auf dem Rundgang durch die Baumwipfel. besonderes Naturer Fellow. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020